jo leute wir geben uns wieder richtig hart aufs maul hier bei gangbase ich habe die letzte runde gewonnen und mal schauen wer sich heute durchsetzen kann vier siege sind das ziel jack und phil sind auch wieder mit dabei ja aber nur ganz kurz unten rein kannst dann bist du auch richtig sei erst mal na ja klar nichts davon was jack hier macht nein 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 so man kann die container unterschlagen daran arbeitet jack ja die seite durchtrennen und jetzt konnte man das glaub ich das willst du nicht naja ich kaum mit dem kopf zu und jetzt machen wir hier noch schnell den pinguin weg jetzt werft ihn auch er hat los ich weiß kein der sagt nein man gleich wirst du sehen was du davon hast den schwächsten spieler sortiert nein warum bin ich länger ich meine ich habe längeren aber nein 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 ja am anfang ist noch mehr oder weniger egal aber phil hat hier den meisten skill irgendwie quatsch ich habe die letzten runden immer nur verloren also super back gehabt lass mich in ruhe nein auch geil flugkopf mal okay gut gemacht scheiße von check das hast jetzt davon habe ich auch genau so eine so eine dachbegrenzung und das ist gar nicht mal so clever dorthin zu gehen ja ich weiß gar nicht relativ einfach jetzt drüber werfen ich glaube dort bei der bei der bei der treppe jetzt vielleicht werfen können alter vater da kannst du auch auf dem stein dort landen check rente auch nur weg naja wieso ja diese der punkt wurde aufsuchen wo ich sie dann easy weg kann so wie hier so verpiss ich jetzt in deinem gesicht als ob ich mich von dem weg mal und das also das gibt es doch nicht wieder umgefallen ist wie so nasser sack ist ja unfassbar keinen bock mehr sich festzuhalten das ist echt unfassbar was da passiert sehr gut sehr gut zuschauer votet phil raus das ist nichts big brother haus na ja wuf für mich an ihr flugkopf jetzt lasst mich los ist doch was ich in ruhe hat mich in der luft noch mal k.o. geschlagen so der feigling dahinten schon wieder ja komm doch ja früher oder später wirst du stehen bleiben müssen lauri schon da und ich würde warum werde ich stehen bleiben müssen ja weil so dass ich gut dann liegt dann liegt der wenigstens sich im weg kommt da kommen doch langweilig ich dachte er rennt andersrum irgendwann willst du aufgeben und dann flug auf ja genau ich kriege hier dann immer auf die fresse er als ob als ob alter das ist wohl immer als clever wenn bildlich besser gibt es dir noch eine kopfnuss wird das so direkt wieder ausgenockt wirst halt hat das ist unfassbar unfassbar wommelfigur bin ich gut steuern kann ja das ist das gas ich habe ich habe jetzt eine halbe stunde auf dem spiel ja ja immerhin mal gespielt ich habe es wie wir aufgenommen haben ja jack hingegen der hat es schon mal gespielt ja als eine alpha war ja am ventilator gehen und reicht das wie nein geschlagen da war ich auch das ist unfassbar so ich mag es im übrigen nicht dass ich immer in der mitte stehe was macht jack hier schon wieder nicht auf mich wir müssen auf jack einschlagen der jetzt schon wieder versucht nur auszureißen ja jack ist sehr hilfreich da springt er von der reihe und er hat sein schicksal ins auge geblieben ja war auch erbärmlich also alle film wir bist doch bis fünf spielen lebes 4 eingestellt mein freund ja ich hatte gehofft ihr habt vergessen das haben wir nicht ja er geht da rein ja genau für verpissig okay nicht mich viel hallo bist du oder was und er gewinnt da oben oder was alter lass mich in ruhe jetzt lohnt sich nicht mehr wir haben ein problem dass das was denn nein es gibt es nicht nein sie dich hoch ich warte auf dich ja ich komme ich habe das schon was vorbereitet laurie der den aufzug fallen lassen ich habe fair gekämpft gegen den fahrstuhl da will das schon wieder machen ja weg damit ja erst weg er macht's kaputt er macht's kaputt ja dann lasst du sie noch kaputt machen warte mal dann geben wir ihnen die andere seite auch noch der zieht sich doch hoch ich hau dir die fresse nach was gut wie ich weiß ich auch nicht auf der plank oder witziger und daher check wills wegziehen jetzt kannst du nicht wegziehen doch doch ich habe schon versucht zu greifen muss ein bisschen lack haben glaube ich bin greifen aber du kannst das weg ziehen nein laurie du scheiße machen ich glaube da hatte sich angetäuscht da hat laurie wieder den muft gemacht den er bei mir gemacht hat mich unter wasser gedrückt hat uebel jetzt mann fleisch wollen das für beck ist nein ja ich bin gefühlt als erstes und scheiß ja wollte ich noch was so dort ist ja rote was das hier gucken wir jetzt überst lecker kaugummi zeugs dinge ja verpissen wir uns viel herr pädophil was ja das war gut auch schön noch auf die fresse geben das sind ja nicht rauskommt ja dann macht du das auch ja was für dein geld aber so was der mag ja können wir jetzt mal auslocken hier du bist ja ich habe ich habe ich beide oh gott das war's ja ich dachte laurie hat sich von selbst erledigt so die scheiße kommt schon erhungenschaft freigeschaltet alarmstufe rot warum geht ihr alle auf mich aber weil du die weißen polz als wenn du noch einmal nicht ein check warum hätte ich immer so ein dünnschiss alter das ist ja unfassbar hier ich habe ich beide und nein ja 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 gg an feld der runde 2 gewinnen die folge war deutlich kürzer als die erste folge egal das war eine weitere runde gang bis gegen an phil und gern beim nächsten mal wieder einschalten bis dahin leute tschau tschau ihr wollt noch mehr bullshit auf youtube sehen dann abonniere doch meinen kanal außerdem kriegt dieses video und das video